Let's the battle begin! Okay, Spaß beiseite! Ich bin DonF204 und ich habe zwei Ankündigungen. Erstmal möchte ich ein Tutorial heute aufnehmen, was ein bisschen umfangreicher wird. Aber dazu kommen wir später. Da komme ich jetzt gleich dazu. Als erstes kommen wir zum zweiten Thema. Ich möchte ein Smash-Turnier veranstalten mit acht Turnierteilnehmern. Vier sind schon festgelegt. Ich habe drei eingeladen und ich mache auch mit. Und vier Plätze wären noch frei. Bitte meldet euch, wenn ihr Lust habt, in den Kommentaren. Also wenn ihr wirklich richtig Bock habt, dann meldet euch in den Kommentaren. Schreibt kurz einen Kommentar, dass ihr da Lust habt. Und ich will mir dann einfach per Zufallsgenerator einfach vier von euch aus. Und es gibt natürlich auch Preise, aber dazu kommen wir später. Wir kommen erstmal zu den Regeln, zu den groben. Und zu dem Datum. Ach, das ist noch viel wichtiger, genau, für euch, bevor ihr euch bewerbt, das Datum. Wir machen das Ganze am 13. und 14. Juni. Ich weiß nicht, wie lange die Kämpfe werden. Und ich möchte noch ein paar Kämpfe außerhalb des Turniers machen. Vielleicht unter Umständen. Und deswegen mache ich es an zwei Tagen. Und dann gehe ich immer auf Nummer sicher, dass es jetzt nicht zu lange wird, denke ich mal. Also am 13. und am 14. abends, denke ich mal. Ich denke mal, vielleicht wieder um 21 Uhr. So wie ich jetzt immer meine Streams gemacht habe. Also stellt euch darauf ein, dass es dann vielleicht ein bisschen später wird. Vor allem am Sonntag, dann könnte aber auch sein, dass ich eine Stunde eher anfange, schon 18... Ach Quatsch, 20 Uhr. Wie komme ich jetzt auf 18 Uhr? Dass ich vielleicht auch eine Stunde eher anfange. Das bespreche ich dann mal nächste Woche mit euch. So. Und vielleicht auch mit den Turnierteilnehmern. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr mir sagt, ob ihr lieber 20 oder dann 21 Uhr anfangen wollt. Gut. Wie gesagt, wie es für euch dann am besten ist. Bewerbt euch. Also meldet euch einfach. Wenn sich mindestens vier Leute melden, wäre optimal. Falls das nicht klappt, ja, dann muss ich noch mal gucken, ob ich ein paar Freunde einladen kann. Mal schauen. Vier von euch bräuchte ich halt noch. Gut. Wir spielen Double Elimination. Das heißt, wenn man im Turnier gleich am Anfang beispielsweise jetzt gegen einen ultra starken Gegner spielt, gegen den man keine Chance hat, dann kommt man in die Loser's Round, weil man verloren hat, logischerweise, und kann sich dann hochkämpfen und trotzdem ins Grand Final kommen. Und das, finde ich, eigentlich ist die optimale Lösung, weil man kann dann trotzdem zweiter Platz beispielsweise werden, wenn man gegen einen einzigen keine Chance hat, gegen den besten Spieler in dem Fall, dann ist man nicht gleich automatisch am Anfang schon raus, dann ist man wenigstens dann zweiter Platz und hat noch mal die Chance, gegen diesen besten Spieler dann anzutreten. Und vielleicht schafft man es dann beim zweiten Mal, ihn sogar zu besiegen. So ungefähr sieht dann das Ganze aus. Hier die Tabelle ist von Yaslafhira, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr könnt ja mal kurz Pause machen. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, denke ich mal, wie das Ganze funktioniert, die Double Elimination. Also als erstes kämpfen die acht Kämpfer gegeneinander und anschließend kämpfen dann quasi die Verlierer gegeneinander, die zwei, äh, die vier, Entschuldigung, die vier, also zwei Kämpfe, vier Verlierer. Anschließend kämpfen dann die Gewinner gegeneinander und so weiter und so fort. Und das geht dann bis ins Grand Final. Ähm, und dementsprechend, denke ich mal, wird alles ziemlich klar sein. Stages, kommen wir zu den Stages. Erlaubte Stages sind folgende. Wir spielen mehr oder weniger nach Turnierregeln. Erlaubte Stages sind Schlachtfeld. Ähm, letztes Station. Dittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitt Stadt, ich muss mal kurz gucken, es sind ganz schön viele Stages und wir nehmen sehr viele nicht. Carlos Pokémon Liga und Stadt und Großstadt. Ich hoffe, ich habe jetzt alle genannt, ich kann da nochmal durchzählen. Acht Stück müssten es sein, glaube ich. Also, Startfeld, letzte Station, Lylat Patrol. Oh, stopp, Yoshi Story natürlich nicht vergessen. Pokémon Stadium 2, Smash Stadt, Carlos Pokémon Liga und zuletzt Stadt und Großstadt. Ja, das dürften acht gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht nochmal verguckt habe oder verzählt habe. Gut, das sind alle Stages, die wir spielen, die acht Stück. Die anderen sind ein bisschen komisch. Und wir spielen mit Kniffe ausgeschalten. Also, die Hazards sind auf Off. Und das sind dann die Stages, die wir spielen. Ähm, wir wählen das dann, denke ich mal, per Zufallsgenerator aus. Ähm, ich glaube, online funktioniert das so am besten. Also, nicht per Zufallsgenerator, sondern wir, ähm, die zwei Kämpfer wählen jeweils eine Stage und dann wird der Zufallsgenerator dann entscheiden, welche von den beiden Stages genommen wird. Und wichtig ist, dass es eine von diesen acht Stages ist. So, Kämpfer sind alle zulässig. Bis auf, weil ich nicht weiß, wann der erscheint. Der Armskämpfer, der im Juni kommen soll, der ist nicht gestattet. Das wäre dann der einzige, den ich ausschließe, weil das Turnier dann dementsprechend im Juni ist. Aber, ähm, nicht, dass der irgendwie dann... Ups, Salah, das war jetzt nicht ganz beabsichtigt. Sorry. Nicht, dass der dann irgendwie zwei Tage vorher rauskommt und dann hat sich noch niemand drauf eingespielt. Das wäre unfair, finde ich, persönlich. Ähm, wir sind hier keine Vollprofis, die sich dann einfach mal zwei Tage hinsetzen und den komplett durchsuchten. Ähm, und dann auch vernünftig lernen können. Ich denke mal, das ist einfach zu viel verlangt, ähm, für die meisten von uns. Dementsprechend wäre der Kämpfer dann, falls er bis dahin dann schon draußen ist, nicht gestattet. Also, egal wann der kommt, auch wenn er eine Woche vorher kommt oder, ähm, gleich am 1. Juni, ähm, egal wann der kommt, der ist definitiv nicht gestattet. So. Alle anderen Kämpfer sind gestattet. Ich werde kämpfen, gegen die könnt ihr schon mal trainieren, falls ihr es wissen wollt. Ness ist mein Main, auch wenn ich nicht sehr gut bin in Smash, sage ich jetzt an dieser Stelle gleich. Also, auch wenn ich Main sage, ähm, die meisten würden sagen, oh mein Gott, das ist dein Main. Wie schlecht bist du mit den anderen? Ja, ähm, das, das denke ich auch manchmal. So, und dann werde ich noch kämpfen, ähm, beziehungsweise als Counterpicker werde ich verwenden Melinda und Inkling. Je nachdem, gegen wen ich kämpfe. Mit manchen, ähm, äh, Gegnern komme ich mit Ness nicht so ganz klar. Und dann nehme ich Inkling und Melinda als Counterpicker dann, dementsprechend. Gut, das war's soweit zu Smash. Ihr könnt alle Charakter verwenden. Ihr könnt, ähm, euch da richtig austoben. Da ist nichts verboten, außer der Kämpfer, der im Juni kommt. Und bei den Stages sind es, wie gesagt, die acht Stages hier. Schlachtfeld, ähm, Letzte Station, ähm, Yoshi's Story, ähm, Lila Patrol, Pokestadium 2, ähm, Smashstadt, äh, Carlos Pokémon Liga und, ähm, Stadt und Großstadt. Ähm, dementsprechend, ähm, diese acht Stages und die könnt ihr auch nochmal üben. Wie gesagt, mit Hazards Off, beziehungsweise Stagekniffer heißt das, glaube ich, im Deutschen. Die sind auf Ausgeschalten. Dann dementsprechend, weil sonst ist es halt echt Mist. Vor allem hier die Carlos Pokémon Liga geht ja mit Hazards On überhaupt nicht klar. Und auch hier Yoshi's Story, da sind am Rand so eine Wolken, dann das ist auch nicht so schön. Ähm, ich glaube, die anderen Stages, ah ne, hier Pokestadium 2 verwandelt sich, glaube ich, auch, ähm, normalerweise. Und das ist natürlich dann auch ausgeschalten. Gut, ähm, ja, die Battlefield und, ähm, Letzte Station, also die, ähm, Omega etc. Formen der anderen Stages sind auch nicht gestattet, weil das wäre Quatsch. Da können wir auch, wenn ihr wirklich eine Battlefield-Version von, ähm, Yoshi's Island spielen wollt, ähm, ja, es ist halt Blödsinn. Dann könnt ihr auch einfach die, das normale Schlachtfeld spielen. Das ist einfach sinnvoller, finde ich persönlich. Macht mehr Sinn. Und dasselbe gilt für Letzte Station. Gut. Wie gesagt, so ungefähr sieht die Turniertabelle dann aus. Ich werde dann per Zufallsgenerator die Namen eintragen, äh, von der ersten Runde. Und das war's soweit zum Smash-Turnier. Ich denke mal, alles sollte klar sein. Wenn nicht, guckt euch das Video nochmal an oder stellt Fragen in den Kommentaren. Und bitte, ähm, meldet euch, falls ihr Lust habt. Wie gesagt, vier Leute, ähm, bräuchte ich noch. Ach, die Preise hätte ich fast vergessen. Haha. Die Preise sind doch wichtig. Ähm, als erstes, ähm, nur der Erstplatzierte bekommt einen Preis. Wenn ich Erstplatzierter werde, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Glaubt mir, Leute, das ist so unwahrscheinlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dann werde ich den Preis an den Zweitplatzierten weitergeben. Ansonsten immer der Erstplatzierte. bekommt von mir, ja, es gibt einen richtig satten Preis. Entweder er bekommt, das kann er sich dann aussuchen, einen Nintendo-Gutschein im Wert von 25 Euro. Das ist schon ziemlich cool, ähm, weil damit könnte man sich fast schon den neuen Fighter-Pass kaufen. Der kostet nämlich, ähm, 30 Euro, glaube ich, hier der, der, ähm, zweite Fighter-Pass. Fünf Euro pro Kämpfer, sechs Stück, ja, 30 Euro sind das genau. Ähm, fehlen noch fünf Euro, aber hey, das ist doch schon mal eine gute Anzahlung. Denke ich mal, eine richtig gute Anzahlung. Oder, falls ihr das nicht möchtet, ähm, könnt ihr auch einen Steam-Gutschein haben im Wert von 25 Euro. Aber, falls ihr diesen möchtet, bitte drei Tage vorher, also mindestens drei Tage vorher eine Freundschaftsanfrage an meinen Steam-Account schicken. Das wäre sehr vorteilhaft, weil es sonst nicht geht. Und dann kann ich euch nur diesen Preis geben. Also, wenn ihr einen Steam-Gutschein haben wollt, um euch zum Beispiel einen RPG-Maker zu kaufen, wobei da die 25 Euro noch nicht ganz reichen würden, glaube ich. Vielleicht für den XP, ich weiß es nicht, was der momentan kostet. Ähm, aber es wäre auch eine gute Anzahlung für einen RPG-Maker. Und wenn die im Angebot sind, glaube ich, kostet der MV noch nicht mal 25 Euro. Also, vielleicht könnt ihr auch einfach aufs nächste Angebot dann warten. Und dann könnt ihr euch auch den RPG-Maker MV kaufen. Oder ihr kauft euch ein paar andere Sachen. Ist ja auch egal, was ihr mit dem Geld macht. Geld ist, ja, nicht schmutzig, das nimmt man immer gerne. Gut, kommen wir zum Tutorial. Was ich vorhabe, ich möchte ein Hauptmenü mit euch zusammen basteln. Also ein Title-Menü, ein Title-Screen. Ähm, was habe ich vor? Als erstes, ähm, dieses Menü habt ihr vielleicht schon gesehen. Und ich habe das nochmal ein bisschen aufgewertet. Ähm, anhand der Kritik, die ich bekommen habe. Und, ähm, folgendes haben wir vor. Wir haben vor, ähm, ein Event-basiertes Menü zu machen. Mit voller Maus-Unterstützung. Also ich kann hier mit der Maus klicken. Und das funktioniert alles. Und kann Spiel laden, etc., pp. Und das Spiel auch beenden. Und auch ein neues Spiel starten. So. Das Ganze ist Event-basiert. Ihr müsst nichts programmieren können. Ihr müsst kein JavaScript lernen. Ihr müsst gar nichts können. Ihr müsst nur ein bisschen mein Tutorial verfolgen. Und das wird schon klappen. Es ist ein fortgeschrittenes Tutorial. Kein absolutes Masterclass-Tutorial. Es ist machbar, okay? Ähm, wir werden, wie gesagt, die Maus-Unterstützung machen. Tastatur-Unterstützung werden wir machen. Das alles auch mit Tastatur funktioniert. Wir werden, ähm, eine kleine Animation zusammenbasteln. Und wir können im Hintergrund eine Map anzeigen. Oder wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr auch im Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel hier, einfach ein Bild anzeigen. In dem Fall habe ich jetzt nur so ein rosa Bild. Aber es kann auch jedes andere Bild sein. Und ihr könnt dann auch Splash-Screens, ähm, anzeigen. Das hier könnt ihr zum Beispiel jetzt auch ein Splash-Screen sein, wo euer Firmenlogo drauf zu sehen ist, etc. pp. Bei mir ist da jetzt, was ist da im Rock? Drücke Enter und finde es heraus. Und wenn man Enter drückt, kommt der kleine Fisch. Und der wackelt jetzt ein bisschen. Das war ursprünglich nicht. Und ab und zu zwinkert er. Ähm, müssen wir mal kurz warten. Der zwinkert gleich. Vertraut mir. Das ist random. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich hoffe, der zwinkert gleich. Oh nein, zwinkere bitte. Nicht, dass ich zwinkere in dem Moment, wo er zwinkert. Oh nein, das wäre schrecklich. Ähm, komm schon, zwinkere. Zeig mir, dass du es kannst. Komm schon. Komm schon, Fisch. Du willst es doch auch. Nein, warum tut er es nicht? Er tut es nicht. Er will es nicht. Irgendwie will er es... Das ist der Vorführeffekt, Leute. Glaubt mir. Warum zwinkert er denn jetzt nicht? Ich... Er will nicht. Oder funktioniert es nicht mehr? Das wäre natürlich nachteilhaft. Ditt, ditt, ditt. Ähm, Blinzeln haben wir hier. Ähm, stellen wir mal kurz das Blinzeln mal auf 2. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich, mal ein bisschen höher. So, jetzt müsste die Wahrscheinlichkeit 50-50 sein, ob er blinzelt oder nicht. Ja, jetzt zwinkert er, ähm, blinzelt er häufiger. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, ob er es macht oder nicht. Ähm. Dann könnt ihr es besser sehen. Ansonsten blinzelt er ja relativ selten. Das, ähm, ansonsten war es nur 1 zu 10 Chance, dass er blinzelt. So. Und das wollen wir machen. Also eine Animation. Da könnt ihr alles Mögliche machen. Wie ihr die Animation dann in eurem eigenen Spiel macht, das spielt ja keine Rolle. Und wie das Menü gestaltet wird, spielt ja keine Rolle. Ihr wollt ja nur die Technik dahinter lernen. Wie funktioniert das Ganze? Wie baut man sich das auf? Wie überspringt man den, äh, normalen Titlescreen und kommt direkt auf eine Map, wo ihr dann das Event-basierte Menü anzeigen lasst? Das sind ja die Sachen, die ihr lernen wollt. Und das sind auch die Sachen, die ich euch zeigen werde. Auf jeden Fall. Das wird cool. Vertraut mir. Das werde ich heute und morgen aufnehmen. Und morgen, wenn alles klappt, hochladen. Ich hoffe, dass alles klappt. Es wird ein bisschen viel Stoff, auf jeden Fall, den ich da verarbeiten muss. Aber, wenn ihr euch freut auf das Tutorial, könnt ihr ja mal hier einen Daumen nach oben lassen. Und wenn nicht, dann, ja, dann lasst es sein. Ist mir eigentlich auch relativ egal, ähm, ob ihr euch da freut oder nicht. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sich darüber sicherlich freuen werden. Wie gesagt, ähm, das habe ich vor. Also, auf gut Deutsch, wir versuchen den Titlescreen, den normalen, zu überspringen, um direkt auf eine Map zu kommen. Anschließend werden wir Event-basiert hier, ähm, ein Menü zusammenfremeln mit Animationen. Das ist halt auch wichtig. Und das Ganze komplett Maus und mit, äh, also mit Maus und mit Tastatursteuerung. Ist ja auch relativ wichtig. Ähm, je nachdem, wie ihr euer Spiel basteln wollt, ob das eher auf Maus ausgelegt ist oder auf Tastatur. Und dementsprechend möchte ich natürlich euch beides bieten. Und das ist ja natürlich das Wichtigste, denke ich mal, dass ich wirklich alle Optionen zeige, die ihr bekommen könnt, theoretisch. Gut, das war's soweit von mir. Ähm, lange Ankündigung. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, ich denke mal, alles sollte klar sein. Bewerbt euch bitte für das Smash-Turnier, beziehungsweise meldet euch einfach. Ähm, so viele werden sich da nicht melden, denke ich mal. Meldet euch, wenn ihr Lust habt. Und Preise sind klar. Ähm, 25 Euro ist schon ganz schön viel Geld. Also, ich denke mal, für die meisten ist das richtig, richtig viel Geld. Und für mich auch. Aber, ey, das ist lustig. Und ich hab das, äh, darauf. Gut, alles klar. Ich würde nächste Woche vielleicht einen Probestream machen für Smash. Ähm, ob alles klappt. Da würde ich einfach random gegen irgendwelche Leute von euch spielen, vielleicht, die die Lust haben. Vielleicht kommen irgendwelche online, mal gucken. Und, aber nur einen kurzen Probestream, ob alles klappt. Ob das mit dem Aufnehmen klappt. Ob das, ähm, mit dem, mit dem Kämpfen klappt und alles. Ähm, ob das dann alles so funktioniert, wie ich mir das Ganze vorstelle. Gerade das, ähm, Online-Spielen mit Smash Ultimate ist ja immer ein bisschen tricky. Naja. Egal. Wie gesagt, vier Kämpfer brauche ich noch. Hält euch bitte in den Kommentaren. Wäre cool. Würde ich mich freuen. Bis dann. Tschüsseli. Euer Donfi.